moin moin leute kurzes stream mein kollegium ich habe gerade bock spontan einfach mal zu streamen bis in fallout weiterspielen fallout new vegas und ich bin gerade verwirrt ah mein sound habe ich ausgestellt ich gucke nämlich gerade noch ein video von steffi nebenbei und ich dachte gerade scheiße jetzt nehme ich das mit auf aber nein es klappt alles gut leute ich würde sagen wir treffen uns so in ja weiß ich nicht so viertel nach sieben würde ich sagen lege ich los mit dem stream ich würde mich freuen wenn ihr bock habt vorbeizuschauen und wir werden so bis elf uhr auf jeden fall machen denke ich mal also wir sehen uns gleich der stream link wie immer unten in der video beschreibung bis dann